Mit dem Ende von Season 3 und dem anschließenden Kometeneinschlag in Dusty Depot entstand ein riesiger Krater und veränderte fast die gesamte Map. Einigen YouTubern scheint der Krater in Dusty Depot wohl nicht gepasst zu haben. Was sie jetzt machten ist einfach nur unglaublich. Mehr dazu nach dem Intro. Los geht's! Der Komet, über den sehr lange innerhalb der Community des Online-Shooters Fortnite diskutiert wurde, hat auf der Map einen riesengroßen Krater hinterlassen. Und dieser brachte einige YouTuber auf eine spannende Idee. Sie setzten es sich zum Ziel, einen Deckel auf den Krater zu bauen. Dazu sammelten sie die nötigen Rohstoffe ein und bauten nach und nach dieses riesige Konstrukt. Dabei wurden sie von anderen Spielern belächelt, die gar nicht glaubten, dass so etwas möglich sei. Und beinahe wäre das Projekt auch gescheitert. Denn widrige Umstände wie toxischer Regen und Spieler, welche das Konstrukt immer wieder beschädigten, machten es schwierig, diesen Deckel fertigzustellen. Doch das Team gab nicht auf und schaffte es schließlich. Das umfangreiche und spannende Projekt haben sie in einem Video festgehalten. Es zeigt mal wieder, wie kreativ man im Online-Shooter Fortnite sein kann. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gern mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.